Ah lol Kolf Ok Könnt ich ne Erklärung hören? Ne Hä? Ok, aber ich glaube, wir müssen ja alle Minispiele einmal machen übrigens Das ist, glaube ich, ein Achievement Ich habe mit den Achievements letztes Mal durchgelesen Hä? Hm Hä? Kann ich den da vielleicht ansprechen? Ne Irgendwas? Ok, ich muss so niedrig wie... Wie es geht, wie es aussieht, klicken Ok, ich bin verwirrt von diesem Mini-Golf-Spiel Oder von diesem Golf-Spiel Versuch mal so niedrig wie es geht Ne, auch nicht Aber noch ums Grüne-Treffen locker, oder? Auch nicht Kann man sich irgendwie hier... Weiß ich nicht Irgendwas durchlesen? Ich versuch nochmal... Perfekt Oder so Es bringt auch nichts Es ändert sich nichts Ok, ich guck gleich mal, ob man sich irgendwie hier eine Anleitung durchlesen kann Ja, nein, wirklich Überspringen Hä? Ok, machen wir jetzt Autorennen Ok, was muss ich mit dem Maustasten? Pilz Ich muss jetzt ganz aufdrücken oder gedrückt halten? Klop gedrückt halten Klop gedrückt halten Yeah Oh Oh Das war lustig Himmel Herr, was macht Ruhe, Fuß Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen Du Ich glaub, da hinten will einer was von dir Hm? Wo? Hahahaha Das ist nur mit Chronicle Pufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife Das wird sich alles wiederholen Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung Ich versteh nur Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett Es gibt ein Zeitreset Und der steht kurz bevor Es bläht der Chor Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben Es sei denn natürlich Oh oh Och ne Wieso? Haben wir zu viel Zeit verschwendet? Ah Scheidenkleister Ich habe sie schon Okay Das war die Zeituhr eben oben Das ist die Ruhe hier oben Da ist noch jemand im Fahrstuhl Aha Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle Na das sehe ich aber anders Ich habe es zufällig sehr eilig Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lose kommst Kann ich dir auch nicht helfen Du darfst nicht gehen Jetzt reicht es mir aber Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten Dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe Und dass er mir nachspionieren lässt Ist wohl der Obergipfel Wenn er mir was zu sagen hat Soll er das gefälligst persönlich machen Dieses Gespräch ist beendet Kacke Jetzt haben wir es versaut, oder? Hey Ähm Und wieder verpasst So wird das wohl nichts Ich sag ja Da unten ist irgendwas Soll ich etwa auch feige durch den Luftschach holtern? Wahnsinnig produktiv Besonders jetzt, wo die Zeit resetet wurde Ich weiß Irgendjemand muss die Kobel am Chronokar benutzt haben Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern Es wird ihm eine Lehre sein Geschieht ihm recht Ich fürchte nicht Wenn er keinen Alu-Hood aufhatte Wird er es heute Abend wieder genauso tun Und dann wieder Und wieder Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun Das ist das Ende der Zeit Wie wir sie kennen Du meinst Dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Hm Wo kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Bitte was? Das war kein so übler Tag Ich hatte Spaß Schade, dass Goal nicht da ist Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet Dann würde ich aufhören sie zu überreden Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium Aber so geht das doch nicht Die Zeit würde niemals voranschreiten Ich hab's schon verstanden Du kannst dir deinen Werbeblock sparen Aber Was hab ich nur angerichtet? Das frag ich mich auch Echsenhaut Schön Und wir sonst doch irgendwas nehmen Sonst können wir nur wieder zum Fahrstuhl Fahrstuhl Wo soll ich dich? Du könntest ein Win Ja Funzone Dann ließe auf Funzone Wir müssen noch die anderen Winni-Spiele machen Funzone verlassen Funzone verlassen Bällebart Ja Ich hab ein Kind getroffen Da war schon wieder eins Das haben wir auch getroffen Okay nice Ich hab nur noch das andere Kind Das letzte da oben war's Hä wo denn? Oh Junge Okay Ich glaub wir haben jetzt alle Ne das ist noch eins Jetzt haben wir alle oder? Okay Ja Und Pool Yeah geblubbert Okay wir müssen Kriegt man das echt irgendwie alleine hin oder so? Ne ich glaub nicht Ich glaub ich krieg das nicht alleine hin Ich mein wo muss ich dann treffen? Den Pfeil exakt hier? Das ist auch wieder nicht richtig ne? Ne ich überspring das Leute Tut mir leid Das Minispiel überspring ich Ich hab keine Ahnung was ich machen muss Wo genau ich treffen muss Das bringt ja nichts wenn ich beim Pfeil bin oder so Das macht der irgendwie Das bringt der irgendwie nichts Ne überspringen wir Okay und jetzt noch das Autorennmachen Gas geben Spass Ganz viel Spass Wie sollen wir denn 10.000 Punkte erreichen ey? Heiliger 10.000 Punkte glaube ich nicht Funscore Man kann den Fun nicht forcieren alter Mein Miefi Punkten bin ich ey? Rufus Was sitzt du denn da rum? Miefi Punkter Miefi Punkter Du Ich glaub da hinten will einer was von dir Rufus wir stehen am Rande einer Zeitschleife Das wird sich alles wiederholen Wenn wir nicht Nur mein Krummelmümmel Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren Und sag mir wie viele Punkte ich hab Nicht genug Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das kaum gemacht hab Ich muss 5.000 Punkte Nur Nein Ein Punkt Ein Punkt hat uns gefehlt Ein verdammter Punkt Mann Scheidenkleister Ist nicht dein Ernte Das hatten wir grad alles schon Genau Müssten wir nicht nochmal hören Zack Hierhin Rufus Mein Name ist Rufus Ich kenn keinen Gufus Es heißt ja auch Rufus Kusus Ruh Kuh Nein Huh Aber mit Fuß Kuhfuß Nein Ich lache egal Du darfst nicht gehen Jetzt reicht's mir aber Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja Kannst du uns ausrichten Dass ich meine Und dass er mir Wenn er mir was dieses gesp... Okay Wir müssen wohl 10.000 Punkte schaffen Oder so Hä Jetzt ist wieder Ist schon wieder alles weg Und dann kommt wieder das Gespräch Mit Dings Ne Diesmal kein Gespräch Gibt's hier noch was? Oh lol Ein Schlegel Juhu Warte hier ist Schlegel Dafür brauch und Hä Schlegel Ah Okay Wohin wollen wir denn? Hä Ältestenrat Äh Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat Nicht zu betreutes wohnen Hut Hut Irgendwo Hut Da oben Oh ich hoffe Ich hab keinen übersehen Alter Ohne Witz Bällebart Ein Drink Einfach mitnehmen Äh Gitt Die sind ja ganz wachsig Die Sonne scheint sie etwas Angeschmolzen zu haben Äh Zeit hab ich nicht Wir sind in einer Zeitschleife gefangen Ich brauche die Audienz heute Eine außerordentliche Sitzung? Hahaha Du machst mir Spaß So etwas ginge nur im Katastrophenfall Oder natürlich wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat Aber Ach nee Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen Eine außerordentliche Sitzung? Hahaha Ach Hat er gerade gesagt Wir sind in einer Zeitschleife gefangen Ja Auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere Einfach herrlich Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie Das Gefüge von Raum und Zeit ist am zerbröseln Ah Damit kenne ich mich leider nicht aus Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen So ein Ernst Du musst das Hochboot aufhalten Das kann ich nicht entscheiden Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen Klingt schon lecker Aber geht das auch heute? Nein Doppel auch nie Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Unopia Schal Aber deshalb nicht weniger sensationell Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen Genau Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schalarbeiten Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen Geduld Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen Aber es gibt nur diesen einen Tag Und dann fängt alles wieder von vorne an Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja Dann sollten wir den Computerkern überprüfen Ich schicke jemanden Na endlich Gleich morgen Oh Sei ernst Danke für nichts Keine Ursache Das ist mein Job So einen Job hätte ich auch gerne Leselampe Ach, Leselampe Nicht Laserlampe Was für eine Enttäuschung Man braucht keine Leselampe Schade Wer da verdient Der Arsch Wer gibt's hier nicht? Echt nicht? Oh wow Habitatring Achso, ja, okay Das ist ein schöniges Plätzchen Du bist ein Lappenrufus Achtung, könnte heiß sein Datasetten wach, okay Streicheltiere Achtung, was ist das denn? Was ist denn Wolpertinger? Wolpertinger Klicken wir mal rauf Bist du nicht an? Alles hier ältest Dabei hab ich Ah Bist du einer von den Ältesten? Ja Aber gib dir keine Mühe Der Ältestenrat Tagt erst wieder In einer Woche Es sei denn Aber die Aktion Ist gerade erst gestartet Und An einem Tag Nicht zu schaffen Also Warum lehnst du dich Nicht einfach zurück Und streichelst Stattdessen Ein paar Possierliche Streifen Zobel Warum? Verdammt Er hat einfach Die besseren Argumente Okay Willst ein Drink? Äh Was ist das? Och Nur ein kleines Präsent Eine Hand wäscht die andere Wenn man schrittweise Versteht Dann muss ich passen Ich habe vorhin meine Hände eingefettet Damit das Streicheln leichter von der Hand geht Sein Ernst Okay Dann gehen wir erst mal mal da lang So viele Menschen Ach Ältester Trois Das ist doch dieser Boss Älteste oder so Ne? So kam er jedenfalls vor In den letzten Deponia teilen Wurst 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 Alles klar Alles klar Ich will nur noch mal kurz Hier hinten was gucken Was hier so ist Geld ist da unten Okay Bevor wir uns das richtig angucken Leute Bernden wir hier die Aufnahme Session Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Ich hoffe es hat euch gefallen Bei Das nächste Mal Man muss es das Ja auch schön betonen Ne? Ja ich hoffe es hat euch gefallen Dann Ja Haut Reiner No